Die hier angebotene Einzimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. Januar 2019 bezugsfrei. Die neuwertige Penthouse-Wohnung befindet sich in Münster. Die Wohnung wurde 2011 erbaut und wird über eine Fernwärmezentralheizung beheizt. Die Immobilie ist stufenlos zugänglich. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über eine Dachterrasse, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche und einen Tiefgaragenparkplatz. Die Immobilie ist luxuriös ausgestattet. Die Penthouse-Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 46 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Penthouse-Wohnung beläuft sich auf 712 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.